hallo leute was genau ich begrüßt euch zu einem neuen video und ja heute wieder top youtuber und ihr habt euch gewünscht und ja vorab noch wer euch das video gefallen hat lasst ein like und ein abo da und dann wollte ich noch sagen die drei top youtuber könnt ihr bitte abonnieren das ist ja so ein projekt abo gegen abo also ne eigentlich nicht aber das sollte schon ein push werden für die die es verdient haben ihr könnt ja nächstes mal dabei sein einfach hashtag top youtuber schreiben die die schon top youtuber waren nicht mehr bitte und fangen direkt an mit platz 3 platz 3 ist blu reax profilbild banner korrekt pokémon go am start also ich denke mal das pokémon go fearing is real 114 abonnenden und ich könnte eben grad ein intro zeigen ich sehe leider keinen ton auf jeden fall ganz frisch ich werde jetzt kein video einblenden da ich zu wenig zeit habe wir fangen direkt mit platz 2 an Platz 2 ist auch schon Borek non copyright music der macht halt selber Musik von ihm selbst es hat nur copyright also wenn ihr euch gefällt dann schaut auf jeden fall vorbei da kann ich ihr noch empfehlen vorbeizuschauen weil die Mucke ist schon geil ich werde einfach das hier mal in der Beschreibung verlinken wenn ich es nicht vergessen werde ich gehe hier schon so hin auf jeden Fall 273 Arminenten hat es auch verdient und jetzt zu Platz 1 Platz 1 ist Nora Kessler ähm 517 Arminenten und ist ein also ist ein Kanal für Comedy die auf 2 nicht gefunden ja dann macht halt fast war ja fast jedoch Pranks und 5 Arten Videos bis jetzt sie ja präz ja ok er ist macht bis jetzt nur noch 5 also bis jetzt 5 Arten und auf YouTube auf jeden Fall habe ich gerade das hier angeschaut und das hier hat mir auf jeden Fall sehr gefallen also wenn ihr sowas sehen wollt schaut vorbei unten in der Beschreibung so Leute das war es auch schon ein Video ähm wenn es gefallen dann lasst einen positiven und selbst und zwar ihr seht es ja hier schon es fehlen nicht mehr viele Arminenten bis ich meine 500 erreicht habe also würde ich mich freuen wenn ihr den Abo Button zerfickt Leute auf jeden Fall alle